Was ist das Feld des Stalking? Ich bin eher zufällig zu dem Thema gekommen über das Feld des Stalking. Ich hatte damals für eine Nachrichtenredaktion des deutschen Fernsehsenders gearbeitet als Redakteur. Ich war damals schon Psychologe gewesen. Dort haben mir Fernsehmoderatoren erzählt, dass Leute ihnen merkwürdige Briefe schicken, dass sie für ihre Tür stehen und dass sie Sorge haben, ob was passiert, damit sie damit umgehen können. Das war Mitte der 90er Jahre und damals war das Phänomen Stalking bei uns in Deutschland noch nicht bekannt. Und aus dieser Beschäftigung damit und auch aus der Erkenntnis, dass sich Muster von Verhalten zeigen, bevor etwas passiert und dass man solche Sachen einschätzen und auch managen kann, daraus hat sich mein Interesse entwickelt. Was ist das Feld des Stalking? Männer, die ihre Frauen oder Ex-Partnerin umbringen, seien es Schüler oder Ex-Schüler, die an ihre frühere Schule gehen und Menschen ermorden, sind häufig depressiv und ausweglos. Und diese Ausweglosigkeit, verbunden mit keiner Angst mehr zu sterben, kann natürlich Hemmschwellen für eine solche Tat herabsetzen. Wenn sie glücklich sind, wenn sie gut eingebunden sind, wenn sie einen stabilen Selbstwert haben, kommen sie in der Regel nicht auf die Idee, andere Menschen umzubringen. Solche Taten sind immer geplant und vorbereitet. Und die Täter haben sich sehr lange, meistens über Monate, oftmals sogar über Jahre hinweg vorher damit beschäftigt. Ein Ziel kann sein, berühmt zu werden. Das kann sogar auch ein Ziel sein, dass man berühmt wird, wenn man tot ist. Das heißt, ich habe mein Leben nicht auf die Reihe bekommen, ich fühle mich winderwärtig und durch eine große Racheaktion, durch ein großes Ereignis, in dem ich viele Menschen umbringe, werde ich ein negativer Held. Diese Täter begehen sich über einen langen Zeitraum entwecken, ein Gedankensystem, indem sie andere entmenschlichen. Und gewissermaßen durch diese Entmenschlichung sagen, das sind Feinde. Also ein deutscher jugendlicher Amokläufer hat er gesagt, der an seine ehemalige Schule gegangen ist, der Hausmeister war eigentlich immer nett zu mir. Aber auch er gehört zum System, deswegen muss er umgebracht werden. Also sie sich fast eine Art von terroristischer Logik aneignen. Das ermöglicht dann auch diese Hemmschwelle zu überwinden. Es scheint für uns sehr schwer vorstellbar, dass sich jemand auf diesen Weg begibt. Aber das ist ein Phänomen, was wir beispielsweise auch in kriegerischen Handlungen oder in terroristisch organisierten Gruppen sehen. Was wir immer wieder sehen, ist, sie haben manchmal eine Zeit lang mit radikalen Gruppen zu tun, aber sie sind zum Teil selbst für ihre radikalen Kollegen zu abgedreht. Und sie können sich nicht gut einordnen. Deswegen sind sie manchmal eine Zeit lang dabei, die meisten aber gehen auch wieder heraus. Und auf eine gewisse Art und Weise ist der Art der radikalen, menschenverachtenden Ideologie, sei sie rechts, extrem, 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 extrem. Sei sie linksextrem, sei sie islamistisch, austauschbar. Diese Art von Gewalt, seien es Serientaten über längeren Zeitraum hinweg oder seien es Massenmorde oder Einzeltaten, in denen eine Partnerin umgebracht wird, sind häufig kühl und kontrolliert. Etwas, was wir als Jagdmodus der Gewalt bezeichnen, eine biologisch verankerte Form von Aggression, in der wir gerade in der Lage sind, unsere Gefühle auszuschalten, um töten zu können, was unseren Vorfahren geholfen hat, Beute zu erlegen und so zu Fleisch zu kommen, um zu überleben. Wenn jemand ein Täter in einem Zustand dieser kühlen Aggression ist, gibt es keine Möglichkeit, ihn zu stoppen. Die beste Möglichkeit, wenn Sie anwesend sind, ist sofort zu fliehen, sich zu verstecken oder wie auch in Norwegen geschehen, sich zum Teil totzustellen, wenn es möglich ist, wenn er dort schon aktiv war. Sie haben keine Möglichkeit, auch wenn Sie die Personen kennen, diese zu deeskalieren. Wenn Sie zu dem Opferpool gehören, das heißt zu dem Spektrum von Leuten, die attackieren möchte. Selbstverständlich sind solche Taten, es sei denn, sie sind auf einer schweren psychischen Störung entstanden, was zum Beispiel in Norwegen wahrscheinlich nicht der Fall ist, sind das bewusste Entscheidungen. Und selbstverständlich wissen diese Täter, was sie tun. Und selbstverständlich hätten sich auch anders entscheiden können. In Deutschland gibt es, finde ich, häufig einen verblüffend primitiven Umgang mit solchen schweren Gewalttaten auf politischer Seite. Es werden Einzelfaktoren gesucht, Videospiele beispielsweise, Gewaltmedien, die vielleicht eine kleine Rolle spielen. Und diese Fixierung oder stärkere Gesetzgebung führt dazu, dass wir die wirklichen Lösungen, die es gibt, nämlich zu sensibilisieren im Sinne einer Prävention, die mehr Sicherheit schafft und gar nicht mehr Verunsicherung, von Netzwerken, wir haben ja alle Fachleute immer vor Ort, dass man die praktisch vernetzt und ausbildet, dass das eben nicht gemacht wird. Wir haben zum Beispiel in diesem Schulamokläufen, wo wir mit 42 Toten in zehn Jahren nach den USA das Land mit den meisten Fällen und den meisten Toten sind, sehr spät reagiert für Prävention. Was in Deutschland gemacht wurde, man baut Alarmanlagen, man macht Evakuierungspläne, alles schön und gut, aber man achtet zu wenig auf die Prävention. Wir wissen beispielsweise von Schulamokläufen, dass in den allermeisten Fällen gleichaltrige Schüler Warnsignale aufgenommen haben, Andeutung über eine solche Tat, eine massive Identifizierung mit anderen Amokläufern beispielsweise. Das Problem ist, diese Schüler haben es oft nicht weitererzählt, weil sie keine Ansprechpartner hatten, weil häufig überreagiert wurde und dass, wenn wir ein System aufbauen, in dem wir für Warnsignale sensibilisieren, ohne Angst zu machen, ohne von Amok zu sprechen, gleichzeitig uns darum kümmern, genauer hinschauen und eine vernetzte Struktur vor Ort haben, wir viele solche Taten verhindern können, was auch schon passiert ist. Wir können Risiko einschätzen, wie viele Schritte hat eine Person gegangen, um eine solche Tat zu begehen. Wir wissen nicht, ob die Person jemals weitergehen wird, wir können es nicht vorher sagen. Wir können aber daran arbeiten, dass wir die Person stabilisieren und Grenzen ziehen, dass sie diese Schritte nicht weitergeht. Und damit ist allen gedient, auch der bedrohlichen Person. Was wir in den letzten Zeiten gesehen haben, in dem medialen Umgang mit Norwegen, wird dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir Nachahmbungstäter da produziert haben. Wir haben Menschen gezeigt, bringe viele andere Leute um, schreibe irgendetwas Großes zusammen und stelle deine lächerlichen Fotos dar, in denen du in einer Art Kriegerpose herumhampelst. Und du wirst weltbekannt werden, dein Gesicht und dein Name werden bekannt werden. Wir wissen von diesen Schulamokläufen in Deutschland, dass sie größtenteils auf einen Nachahmungseffekt zurückzuführen sind, dadurch, dass wir sie berühmt machen. Und deswegen ist auch der Umgang der Öffentlichkeit, der mediale Umgang mit solchen Taten, ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, um das Risiko solcher Taten zu senken. Man wird es nicht ganz ausschalten können, ist auch kein reiner Nachahmungseffekt, aber er spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Ich denke, von Norwegen kann man lernen, dass man sich von Einzelnen, die sich durch eine solche Tat erheben wollen, sich nicht die Offenheit und die Kultur des Miteinanders abnehmen lässt. Ich denke, von Norwegen kann man lernen, dass man sich nicht die Offenheit und die Kultur des Miteinanders abnehmen lässt.